Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den höhenverstellbaren Schreibtisch aus dem Hause Aimeso. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser höhenverstellbare Schreibtisch für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu diesem wertigen und vor allem praktischen Möbelstück unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Aber erstmal ein wenig zum Thema an sich, nämlich höhenverstellbare Schreibtische. Lohnt sich das überhaupt, weil das ist ja schon eine recht hohe Anschaffung? In meinen Augen absolut. Es ist komplett egal, ob sie von zu Hause wirklich selbstständig arbeiten oder einfach nur lernen oder eben auch ganz normal Hausaufgaben erledigen. Dafür macht es auf jeden Fall Sinn, sich diesen Arbeitsplatz zu Hause ordentlich einzurichten. Was ist überhaupt der Vorteil von einem höhenverstellbaren Schreibtisch, fragst du dich vielleicht? Und das liegt ganz einfach daran, dass wir mit der Änderung unserer Haltung mehr Energie fürs Arbeiten bekommen können. Es gibt da schon sehr, sehr viele Studien zu dem Thema, die sich teilweise auch so ein bisschen, ich sag mal, die auch so kritische Argumente vorbringen. Aber es geht in meinen Augen hauptsächlich um das persönliche Gefühl, weil einfach die Änderung der Haltung sorgt für viele Leute, für so einen neuen Kraftschub. Und das hat auch ganz viele andere praktische Anwendungsbereiche. So ein höhenverstellbarer Schreibtisch, dem wirst du wahrscheinlich auch bewusst sein. Bei diesem Modell hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis nochmal besonders gut. Die Qualität von dem höhenverstellbaren Schreibtisch macht echt einen sehr, sehr guten Eindruck. Preislich, habe ich ja schon gesagt, kosten diese Schreibtische schon einiges an Geld. Aber ich finde, dass sich das absolut lohnt. Aber gar keine Frage, das soll jeder Homeoffice-Freund natürlich für sich selbst beurteilen. Und genau, in meinen Augen passen hier Qualität von Verarbeitung und Co. Und auch das Design, das sehr schick aussieht, gut zusammen mit einem recht fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deswegen ist es von meiner Seite aus für diesen höhenverstellbaren Schreibtisch eine klare Kaufempfehlung gibt. Das Amazon-Angebot zu diesem praktischen Möbelstück werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao. Ciao.